Wir möchten weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer wir können. Ich bin selbst begeistert, das ist Wahnsinn. Mutter Erde ist reich genug, um uns alle gesund zu machen. Wir müssen wieder lernen, die Kraft der Natur zu nutzen. Sieben bis acht Prozent mehr Leistung ohne mehr Aufwand, nur mit Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Ein gesundes Leben ist so wunderbar. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer von krankmachenden Schadstoffen und vergifteten Körpern. All jene, die das jetzt sehen, sagen wir, ihr dürft nicht aufgeben. Dieses Nahrungsergänzungsmittel, das Sie jetzt nehmen, hat gelaufen. Wenn man keine Schmerzen mehr hat, dann ist es wie eine freie Folge. Bewahrt euch die Gesundheit. Befreit euren Körper von Schadstoffen und Schmerzen. Ihr habt es in der Hand, dieses Leben mit der Kraft der Natur zu bewahren. Setzt euch ein für eine Welt ohne Chemikalien, Hormone und Giftstoffe. Die zwölf gefährlichsten Keime der Liste der WHO wurden mit Fairway Detox behandelt. Es liegen bereits Ergebnisse vor, wo Fairway Detox den Toxenky erreicht hat. Lasst uns kämpfen für einen gesunden Geist und Körper. Fairway Detox Fairway Detox Fairway Detox